Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die auch unten drin steht. Wir haben drei wichtige Punkte eingefahren und jetzt geht es schon wieder weiter. Wir müssen noch drei schwierige Spiele vor uns und da müssen wir noch ein paar Punkte einsammeln. Max Kruse hat es bekommen, das erste Mal für Werder. Erzähl mal, was er für eine Stellung hat in der Mannschaft und wie wichtig ist für das Spiel? Ja, er ist sehr wichtig für uns. Er ist oft anspielbar. In schwierigen Situationen kann er gut den Ball halten. Er eröffnet viele Räume vorne auch für die Mannschaftskollegen. Er hat sehr gute Laufwege, genauso wie man das beim Tor gesehen hat. Wie schaust du heute HSV? Wir haben noch eine Weihnachtsfeuer. Natürlich schiebt man da mit dem Auge noch drauf, was da passiert.